So Leute, zu den Funke Luftheulern. Man sieht es glaube ich gar nicht. Das sind die Silberheuler von Funke. Das ist echt gut. Ich muss auffassen, dass er den hier drin kommt. Ich muss auffassen, dass er den hier drin kommt. Die Silberheulern. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war die Mariener, das bist du. Was ist denn der Knopf? Was ist denn der Knopf? Weg den gar nicht! Was ist denn der Knopf?